Dann fühlte es sich wie ein Brennen an. Balltüren tun sich auf, Fenster, deren Simse, nur über Leitern erreichbar sind, führen ins Nichts. Mysteriöse Zwischenstockwerke sind eingezogen, die zwar über Treppen erreichbar sind, aber dennoch unzugänglich bleiben, da das Geschehen im Raum wie bei einem Fresco auf und in die Wand verlagert ist. Eine Königin, die um ihre Abdankung weiss. Man hat mich in die Anstalt hineingesetzt, in ein Zimmer gepflanzt. Es ist verschlossen. Ich eingeschlossen unter einem kleinen Fenster, das ich nicht öffnen kann und das nach außen hin vergittert ist. Nachmittags schneidet ein schmaler Lichtstrahl durch den Raum. Eine Begonie in einem Tontopf bin ich, meine Wurzeln stoßen an, ein wildes Tier in einem winzigen Käfig. Ich habe die Abdrücke der Eisenstangen im Fell, der Pfleger hat den Schlüssel verschleppt. Eine Königin, die um ihre Abdankung weiss. Viel Zeit, die man mir gegeben hat, mehr als ein paar Tage, aber wer zählt schon ein ganzes Jahr? Weiße Wände umgeben mich in Augenblicken mehr als vier. In diesen Augenblicken weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Sie besuchen mich. Manchmal einzeln, manchmal sind sie alle hier. Dann wird es richtig eng im Zimmer. Sie alle. Gespenster im Futur und in der Vergangenheitsform, Mischwesen, die schwermütig an meiner Seite hocken. Immer wieder sehe ich mir das Zimmer im Bewusstsein an, dass es die Aufgabe des rechten Auges ist, durch ein Teleskop zu blicken, die Aufgabe des linken Auges indes, durch ein Mikroskop zu schauen. Da, ein Zimmermädchen, ein schauriges Zimmermädchen-Palett. Da, ein Rotkohl, der Rotkohl hat sich selber vernascht. Da, ein Gruß in die Küche. Da, In der Dämmerung flackere ich einen Schattentanz, lasse eine Karawane schwarzer Katzen an mir vorbeiziehen. Ausgehungert sind die Katzen und sie wölben ihre Buckel, fauchen und fahren ihre Krallen aus. Dahinter verliert sich ein Segelschiff im Horizont. Erreichte ich es, würde es mich gewiss in Unbekanntes bringen. Siehst, Lichtblicke kamen nachtaktiv mit großen Augen die Finsternis. Ihr Gerippe eingepackt dir deinen Regenbogen. Ein kleines Tier ist er, das von den Bäumen kam. Nachtaktiv mit großen Augen, kosmisch karker hellen sie die Finsternis. Die Finsternis In mir spüre ich Schwellenangst. Schwellenangst heißt, dass ich mich meinem Gespenstern einmal nicht stellen möchte, möchte stattdessen in der Matratze versinken, Sie ist ein gigantischer Mund, dessen Lippen sich langsam öffnen. Feucht sind sie und ich darf abwärts gleiten. Mache mich eng und gut verdaulich. Die Zunge leckt an mir, kostet mich. Der Mund flüstert, man halte mich für unheilbar, geisteskrank. Moosgrün Rostrot Schlammbraun Eisblau Taubengrau Eidottergelb Sandgelb Goldgelb Schwefelgelb Leintuchweiss Pechschwarz Pechschwarz Ein Fliegenflügel schwebt durch die Luft, ich puste, lasse den Flügel eine Weile zucken, schackele ihn, bis er zu Boden fällt. Ich puste Eine Beklemmung über das Rätsel und Rauschhafte, das Siedende setzt ein, weckt den Fluchtinstinkt. Doch bereits auf der Schwelle ein Stehenbleiben, ein Nicht-Vor- und Nicht-Zurück-Können, der Impuls, den Hitzen und Räuschen, von der Schwelle aus weiterhin beizuwohnen, sich schweißüberströmt, auf der Schwelle schließlich querstellen, ein Auge unentwegt in die von Hitzen erfüllte Küche gerichtet, das andere Auge schielt bereits hinaus in den Garten, der sogar kein beschaulicher Küchengarten sein wird, sondern, es schwant uns, ein wildwuchernder Irrgarten dazwischen. Dazwischen. Komm in meinen Spiegel, brande über den Tellerrand, setz Segel in die fernste Galaxie, kehrst du wieder, stich mir ins Herz hinein, trag mich ins schmutzige Federkleid einer Erinnerung, trag mich über Horizonte in deinen Schmerz, ein festgebundener Hund ist er, siehst du, derweil der Rachenrau nicht mehr knurren kann. Dass es die Aufgabe des rechten Auges ist, durch ein Teleskop zu blicken, die Aufgabe des linken Auges indes, durch ein Mikroskop zu schauen. Durch ein Mikroskop zu schauen. Etwas hat sich aus den Dingen geschält, aus den lichten Schatten. Sehen Sie es auch? Spüren Sie auch, wie es mich besetzen will? Mich besitzen will? Aber man fragt nicht, will man die Antwort nicht wissen, man erinnert sich. Ich habe mich so oft an dich erinnert und an Momente, die uns ausgemacht haben, dass ich nicht mehr weiß, ob sie tatsächlich passiert sind und ob es dich tatsächlich in meinem Leben gegeben hat. Kann das sein? Du? Konntest du nicht der sein, der du warst und doch ein anderer? Einer, dem die Zahnräder der Zeit egal gewesen wären? Man fragt nicht, nein, man nimmt hin. Wo bist du? Bist du noch? Du sagtest, man fragt nicht, wenn man die Antwort nicht hören will. Was dann, mein Liebstes, du? Die Riesin macht ein, ein kurzes Nickerchen, geräuschvolles Atmen und Schnarchen, unentwegt schlüpfender Vögel aus ihr. Dass man brennen muss, hast du gesagt, für etwas, auch für jemanden. Dass man wissen muss, wenn etwas richtig ist, habe ich gesagt, erst dann. Dann fühlt es sich wie ein Brennen an. Dann fühlt es sich wie ein Brennen an. Dann fühlt es sich an. Dann fühlt es sich an. Vielen Dank.